Musik Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav und das ist eine neue Folge von Ekel Schmekel Challenge. Die Serie, in der ihr entscheidet, was ich für eine Challenge mache und wenn ich sie nicht schaffe, muss sie eine Strafe zu mir nehmen. Dieses Mal ist die Strafe Banane mit Maggi. Ja, Maggi, das Zeug, was man ganz sicher nicht auf Banane schmiert. Die Challenge von heute, ne, die wird mega schwer. Herman, let's game. Bester Name wahrscheinlich jemals, nicht wirklich. Schreibt, so, Challenge ist mit der Locus, klasse egal, musst du 10 Hitmarker machen. Hat ganz schön viele Likes bekommen, aber darunter ist eine Diskussion ausgesprochen. Lieber die SVG, weil das ist viel schwerer und da habe ich mir entschieden, so, ja, das stimmt. Und dann meinte der Niklas, ja, 15 bis 20 wäre, glaube ich, besser. Deswegen sage ich, ja, 15 mit der SVG. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Ich sagte doch, keine Strafen. Ich entscheide. Ich. Ah, jetzt fühle ich mich wohler. Für alle, die es nicht wussten, das Interessanteste an der Waffe ist, an der SVG, dass es eine der interessantesten Waffen in COD überhaupt ist. Denn sie hatten ein One-Hit-Potenzial vom Kopf bis zu den Knien. Arme eingeschlossen. Das gab es vorher noch nie so. Und es ist so schwer, mit ihr Hitmarker zu machen. Es ist wirklich schwer. Während ich einen Hitmarker mache, sage ich das. Ich muss halt wirklich in die Unterschenkel, Schrägstrich, Hüße zielen. Ah. Oh, natürlich hat er sowas dabei. Na, die Hitboxen bei den Beinen, du. Da stimmt irgendwas nicht. Da sag ich dir. Da stimmt was nicht. Wir sind immer noch bei einem. Das ist mir zu wenig. Nummer zwei. Ja, tötet der mich halt, ne? Nein, schade. Ah, hier ist einer. Na. Nein. Ja, da habe ich ihn getötet. Scheiße. Für mich jedenfalls, wenn er mich fragt, so. Boah. Einfach random mal dahingeschossen. Jawohl, Hitmarker. Noch einen. Komm schon. Ich will den Hitmarker haben. Jawohl. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind bei vier, ne? Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Boah, fünf. Den gleichen nochmal. Oh mein Gott. Wie geht das denn jetzt hier ab? Ich bin hier nur am rumhüpfen, wie so ein Verrückter. Das war nicht so gut. Jawohl, Nummer sechs. Ay, karamba. So, jetzt werden wir nochmal kurz abwarten, bis der wieder geheilt ist. Und dann werden wir wieder einen Hitmarker machen. Jawohl. Komm, den auch. Oh nein. Komm schon. Jawohl. Oh mein Gott, wir sind bei acht, glaube ich. Was? Geht jetzt ab? Wie gut? Klappt das? Oh, okay, den nicht. Nein. Oh, ich muss nachladen. Das war's. Mach den weg. Er tötet einfach alle. Nein. Na, okay. Dann töte ich dich halt. Doch nie haben sich Kills so schlecht angefühlt, weil man keine machen will. Absolut genial. Jawohl. Oh mein Gott. Nummer neun. Warum klappt das so gut? Wie krass ist das denn? Da muss man auch eben für beweisen, würde ich mal behaupten. Richtig krass. Ich freu mich grad recht, dass es so gut klappt. Hätte ich so in der Form nicht gedacht. Jawohl. Nummer zehn. Oh mein Gott. Lass mich hier weg. Ah, da war er noch nicht voll aufgeladen. Ah. Scheiße. Hier ist auch keiner. Oh, da ist einer im Wasser. Ja, komm weg mit dem. Da hatte ich irgendwie... Ich hatte ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock drauf, ne? Ich hatte keinen Bock auf seine hässliche Fresse. Da musste er weg. Da vorne. Wenn die dahinter stehen würden, könnte ich auch Hitmarker machen. Weil dann müsste ich durch die Wand. Und durch die Wand nimmt ganz schön viel Power weg. Oh, da ist einer. Ich versuche den so zu treffen. Jawohl. Ey, wie genial funktioniert das denn bitte alles? Alles, was ich will, funktioniert gerade. Nice, Alter. No, Nummer zwölf. Oh mein Gott. Das klappt viel besser, als ich jemals gedacht hätte. Red Road ist, glaube ich, aber auch die perfekte Map dafür. Ich freue mich gerade so. Auf eine bestimmte Art und Weise. Läuft halt wirklich, ne? Oh, der war bestimmt angehittet, oder? Ich habe ihn halt ins Knie oder höher geschossen. Kann man jetzt gar nicht mehr wissen, ne? Da sind sie. Nein. Getötet. Ja, Hitmarker. Jawohl. Oh, scheiße. Ich habe vergessen. Elf oder 13. Scheiße. Ich habe nicht aufgepasst. Ich muss einfach jetzt so viele machen, dass es auf jeden Fall genug sind. Ich habe leider nicht aufgepasst. Nein, er ist gestorben. Nein. Er ist, er, keine Ahnung. Ich zähle jetzt einfach bei den wenigen mit, also elf. Und, ja, ich hoffe, dass das dann quasi korrekt ist. So. Jawohl. Oh mein freaking Gott, oder? Oh, ich kann nicht mehr. Mein Bauch tut weh. Oh mein Gott. Oh, sorry. Ich habe ihn, glaube ich, in die Eier geschossen. Nein. Jawohl. Nummer 13, würde ich sagen. Laufen wir dem einfach mal nach, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein, ich habe ihn getötet. Das war doch, das war doch in den Fuß, so wie ich dem nachgelaufen bin. So, wir sind jetzt bei, ich habe es schon wieder vergessen, 13, glaube ich, oder so. Ich kann einfach nicht zählen. Wie ich einfach nicht zählen kann. Ja, Nummer 14. Nein. Was mache ich da? Nein, komm schon, komm schon. Ach, in die Eier geschossen. Okay, das war in die Vagina geschossen. Ah. Nein, komm schon. Ah, Munition. Komm schon. Geil, man sieht ihn lebendig, geht um die Ecke. Aber auf einmal liegt er da nur noch als Leiche rum. Wer weiß. Ich habe nur drei Assists, lustigerweise. Aber ich stehe positiv. Oh, warte. Nein, komm, 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 den kriegen wir. Komm schon. Junge, Mann. Der zeigt, die kommen noch. Ja, kommt der da. Na, okay, er springt einfach runter. Nein, getötet. Na, also, manche Sachen hier. Oh, das wäre perfekt gewesen. Die Panzerung von Battery. Da kann man einfach gegenschießen. Das ist automatisch ein Hitmarker. Oh. Jawohl, da ist die Nummer 15. Hier, kriegst du noch den hier. So, da haben wir den. Nein. Oh, nein. Ach, Barros. Er macht den Triple mit den Stacheln und dann noch den Last Kill. Mann. Schade. Hör das mal an. Bats, Junge. Und dann noch so. Was macht der? Was macht der? Nun schießt er. Der muss ja erst vor mir mit 24 F. Anscheinend ist er ein besserer Spieler. Alles klar. Mann, das hat ja so viel besser geklappt. Ich werde jetzt mal bearbeiten, bin ich jetzt echt gespannt, wie viele es eigentlich schon waren. Aber es waren 100% über 15. Also, das war schon wirklich schwer, muss man sagen. Wir haben jetzt schon sehr viel Glück mit der Lobby gehabt, denke ich. So, wenn ich denke, 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 denke. Ja. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schwere Challenge. Geil, dass es geklappt hat. Ich hoffe, ihr habt für nächste Woche wieder eine sehr geile Challenge für mich. Die Strafe steht weiterhin. Sie ist immer noch für nächste Woche da. Banane mit Maggi. Ja, das klingt scheiße. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Mittwoch. Und wir sehen uns dann am Donnerstag, also morgen. Da werde ich nämlich dir einen Stream vorverlegen. Samstag ist kein Stream, weil ich da bei Max bin. Der hat Geburtstag am Sonntag. Ich gönne mir einen super Marge. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Aber ich freue mich, dass alles so gut geklappt hat. Hätte ich jetzt, wie gesagt, eigentlich habe ich die Challenge genommen und habe schon gedacht, so, oh, aber das wird nichts. Sieh mal einer an. Genau, da waren aber auch so ein paar, wo ich echt gedacht habe, so, Alter, richtig geil. Wie gesagt, die Karte hat auf jeden Fall gut mitgespielt für uns. Alles Gute euch und... Oh, und ich bin nur so... Äh, diese tiefen Unschärfe, ich liebe sie.